sonntag der 24 dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video am heiligabend die spannung steigt was wird heute hier geöffnet am letzten türchen und was kommt raus beim netto 20 kalender wird da das türchen auch wenn es nicht zu sehen ist es ist ein engel dann gehen wir hier weiter zu dem kaufland Adventskalender da ist das türchen und ihr könnt schon sehen wer da kommt jetzt geht es weiter hier zu dem wahrscheinlich Aldi Adventskalender da ist das türchen und da wisst ihr auch was rauskommt hier wisst ihr ja dass der wohl aus dem Lidl ist und dann müssen wir hier runter gehen aber auch da kommt der engel zum vorschein so bei dem Adventskalender da müssen wir ein bisschen hoch gehen weil da oben das türchen ist aber da ist nichts gewesen jetzt kommen wir zu dem zweiten Adventskalender dem geschenkten aus Maldi da wäre es türchen in dem fall unterscheidet sich aber mal nicht mit dem anderen und zu bedauern gibt es dass es zwischen gestern und heute einen abonnenten weniger gibt dennoch sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da ich zeige euch dann noch die geschenke euch ein frohes weihnachtsfest und wir sehen uns wie gesagt